Hallo und herzlich willkommen, ich bin Raman. Ich wollte euch heute eine Weiche zeigen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. So sieht die denn aus. Man kann das auch anders gestalten. Also ich habe die Länge und Breite 9, so längst 9 und 18 lang. So habe ich das gemacht. Dann kann man sich das so gestalten. Die Technik zeige ich jetzt. Also ein Hebel, darunter Redstone, kann man sich verlegen, wenn man möchte. Ein Block, ein Redstone-Fackel, Redstone, Block mit Redstone-Fackel. Und über dieser Redstone-Fackel macht man das so. Da ist dieser Block, diese Schiene. Ist über, äh, ja, über der Fackel. Und dann muss man das so machen. Und der Hebel zeigt jetzt ja nach rechts. Wenn er nach links zeigt, zeigt die Schiene auch nach links. Also bepowert zeigt sie nach links und unbepowert zeigt sie nach rechts. Das kann man natürlich auch befahren. Ganz einfach reinsteigen und losfahren. Dann kann man hier noch aktivierte Schienen machen, dass man noch schneller wird. Dann kann man zwei verschiedene Bahnen machen. Dann kann man wechseln. Und dann die andere Bahn fahren. So. Und drei Schienen geht nicht zu wechseln. Natürlich, wenn man dann noch mehr Redstone legen würde. Lass uns so machen, dass das auch noch wechselt. Ist aber sehr schwierig. Ja. Das ist das eigentlich. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen oben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.